Los geht's! Aus dem Weg! Hm, ein stillgelegter Durchgang in den Bergen. Hier können wir unentdeckt hier durchkommen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Okay, sicher, jetzt haben wir einen Quick-Safe machen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Wie gesagt, hier die Hauptstraße können wir uns abschwenken. Es gibt nicht genug Treibstoff. Das ist ja wie nur eine Frage der Zeit, bis die Rundtote runterkommen. Aus dem Weg! Ja, das ist die Bombe. Mächtige Bombe aus den Händen der Goblin-Meister. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja. Für euch immer. Kann ich euch eigentlich gruppieren? Jawohl! Ja, kann ich gut. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's! Für euch immer. Haha! Die Rundtoten haben unsere Witterung aufgenommen. Das ist ein guter Ort zum Halten. Ein Schuss! Ein Treffer! Panzerbrechende Waffen! Feuer! Laden! Keine Diskussion erforderlich. Aus dem Weg! Aber ja, das ist definitiv die Letzte. Ich habe nicht genug Mana. Es gibt nicht genug Treibstoff! Ja, ich würde sagen, das hier können wir uns sparen. Wir gehen jetzt wieder auf magische Fähigkeit. Ich habe nicht genug Mana. Ach, hey. Es gibt nicht genug Treibstoff! Riecht hier irgendwas verbrennt? Zum Sieg! Mit dem Feuer ein bisschen vorsichtiger. Riecht hier irgendwas verbrannt? Okay. Ich jage alles in die Luft. Für euch immer. Keine Diskussion erforderlich. Was? Haha! Hier sollten wir eigentlich abseits vom Schuss sein, weil der Hauptweg ist hier runter. Ich schleiche hinein und sehe nach, was in dieser Höhle verborgen ist. Wunderbar. Im Inneren liegen überall Tümer und die Überreste gefallene Zwerge herum. Das heißt, ich meine nicht, dass das gut ist. Was gut ist, ist, dass ein Erdbeben einen Teil der Mauer zur Schatzkammer der Zwerge zum Einstoß gebracht hat und ich hineinkomme. Seht, was ich gefunden habe. Schaden gegen Untote und kritischer Schaden. Der Wunsch ist meiner! Schnell fehl! Hör! Stärker! Gut! So. Ungeachtet aller Hindernisse! Jawohl! Jawohl! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Oh, da ist ein Schreckensmagierturm. Okay. Dies ist ein guter Ort zum Halten! Für euch immer! Für euch immer! Für euch immer! Jawohl! Los geht's! Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff! Sie kommen hier runtergelatscht. Ah, die Sterblichen sind in diesem Land. Wir werden euch vernichten. Es gibt nicht genug Treibstoff! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Jawohl! Verwandelt eure Krieger in Dämonen! Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Es gibt nicht genug Treibstoff! Nee, danke! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Es gibt nicht genug Treibstoff! Oh, noch immer kriege ich ein Monster aus der Erde! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Für euch immer! Ja! Aus dem Weg! Was? Keine Diskussion erforderlich! Also den Ring... ...den brauchen wir nicht unbedingt. Aus dem Weg! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok Ok Na gut, die Brücke ist gesprengt, da kommen wir eh nicht weiter Dann bleibt nur noch Sieht aus, als gehen wir nicht hindurch Hier will ich auch gar nicht durch Los geht's Es gibt nicht genug Treibstoff Es gibt nicht genug Treibstoff Los geht's Los geht's Los geht's Los geht's Aus dem Weg Riecht hier irgendwas verbrannt? Es gibt nicht genug Treibstoff Ich mein, das ist der einzige Platz, den es noch gibt Für euch immer Keine Diskussion erforderlich Ah, da kommt hier die nächste, okay Dann warten wir erst einmal Oder ist da vorne noch eine Höhle gewesen? Aber nee, hier hab ich keine Höhle gesehen Es gibt nur Was? Ich hoffe, wir sind schneller als die Untoten Sonst ist das unschön Bis jetzt sehe ich aber noch Keine hinter uns auftauchen Ich höre sie allerdings schon Was? Keine Diskussion erforderlich Oh, ich sehe sie Bitte Karawane nicht hängenbleiben Bitte, 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 bitte Ich glaube, sie ist in Sicherheit Hier Was? Hehe Bitte, sag mir jetzt Die Krypta ist ein Ort Die Krypta ist kein Ort Wo zur Hölle sollen wir dann noch lang? Okay, wo war der letzte Save? Der war hier Also das führt nur in die Stadt der Toten Was? Euer Wunsch ist mein Befehl Hm Wobei wahrscheinlich ist es klüger Den hinterher zu laufen Aus dem Weg Aus dem Weg Dies ist ein guter Ort zum Halten Dies ist ein guter Ort zum Halten Damit nicht so ha знаю Wunsch ist mein Befehl Was? Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin